Hallo und herzlich willkommen zu Sonntagsbox mit Leon. Wir spielen heute Hausparty und das wird richtig super. Warte, wir sind ein Vampir. Ich wusste es. Äh, hallo? Warum soll ich dir ein Handy holen, wenn du sowieso hochgehst? Grenz mich nicht so behindert an! Oh Gott, ja, richtig schlechten Spruch bringen. Ich habe keinen Feuerstrahl, aber mindest du, wenn ich dich auf dem Feuer schiebe? Ich bin ein bisschen auf dem Feuer. Ich weiß, ich weiß. Ich bin einfach... Ich bin jetzt ein bisschen beschäftigt. Kommt zu denken, wie kennst du, Madison? Ich glaube nicht, dass ich dich vorhin schon gesehen habe. Wie hast du dich sogar in diesem Park gegründet? Genau, wenn du mich entschuldigst... Entschuldigung. Ich hab's einen Park gegründet. Ey, das war richtig witzig. Wir haben in Vietnam zusammen gedient, ja? Natürlich kenn ich sie da ja. Jetzt, komm. Geh weg hier. Komm, los. Weg mit hier. Weg, weg mit hier. Weg, komm, 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 verpiss dich. Hey Asshole, ich sehe dich mit dem Boss, du bist tot. Hey Asshole, wie geht's? Geil Alter, wir sind Freunde. Steffni und ich, bis ans Ende der Welt. Was? Whippets? Grüß Gott Whippets. Hä? Ähm... Oh, ich bin ein bisschen verrückt auf Wippets. Wenn du mein Manns-Möbeln möchtest, hast du noch nichts gesehen. Was ist ein Whippet, Mann? Heißt das Alkohol? Heißt das das? Willst du das haben? Sprich nicht in Rätseln, Frau. RIPPED CREAM. WTF? Was ist denn das für ein Gespräch dann? So, ja. Du magst mich tanze? Holen wir mal ein bisschen RIPPED CREAM. Und dann gehe ich richtig ab. Wo sind wir hier gelandet? Hey again Stranger, wie geht's? WTF ist ein Whippet? Danke. Hey again Stranger, wie geht's? Ja... Hey again Stranger, wie geht's? Sie ist super smart. Wenn ich sie in der Hochschule kopiert hätte, wäre ich wie ein langer Student. Hey again Stranger, wie geht's? Ein Whippet ist der aktuelle Prozess, um den Nitrosoxid aus kleinen Kompressenkanistern oder Kompressenkanen von Kompressengrün, um einen momentansten Höhen zu erhalten. Okay, das habe ich nicht erwartet. Das macht es auf jeden Fall sinnvoller, warum sie ein scheiß Cremezeug haben will. Ich bin total ernst, wenn es zu drogen... Ah, okay. Die, die die ganze Zeit hier komisch am rumzappeln ist, ist die Drogentante. 35mm Oh, äh... Äh, hallo? Okay. Der Film wird wohl nicht mehr angeguckt. Hm. Ich glaube also, aus dem Brennen Gebäude geholt. Glaubt ihr mir wahrscheinlich auch nicht, ne? Das hier vielleicht? Ja! Vierte Wand durchbrochen, nice. Ich habe den verdammten Gesicht gehört, du bist verraten. Du bist verdammt tot! Oh nein! 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 Geh weg Verdammt Was ist dein Problem, Mann? Was geht bei dir so ab? Ja Denk mir, was ich schlau raus hauen Das war eigentlich ein bisschen philosophisch Du könntest eigentlich eine Brille, die da irgendwo hängen. Die ist schlau, ja Ja, guck mal, guck mal Der Typ bedenkt genauso wie ich, ey Einen Drink willst du haben? Okay, ich weiß ja, wo der Chardonnay ist Ich lerne dazu Verdammt, weiß ich noch, wo der Ich glaube, nee, oder? Scheiße Vielleicht weiß ich nicht mehr, wo der Chardonnay ist Jetzt beziehen Aha, okay Ja, mache ich jetzt Fotos Vielleicht ja schieße ich ja aus Versehen, nein Hey Leute, check out my new camera Oh, wait, this isn't a camera Ich glaube, das mit dem Sie soll ihn ablenken und ich klau den Alkohol Oh, krasser Trickshot Was? Ein Kochbuch Why? Oh, ja, 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 oh Oh, das ist der Handycode So Jetzt pass mal auf hier Hier Und Stift Zack Oh Hat er rausgauen, alter Nein, definitiv nicht Ja, man Verprügel ihn endlich, alter Das will ich sehen, Alter Das wird richtig geil jetzt Ja Schlägerei Lol, er hat ihn umgehauen Insane Go Patrick Patrick, Patrick, Patrick Trick Alter Der haut ihm ja richtig auf die Fresse Komm schon, komm schon Wieder hoch mit dir Ja Ja, war gut Na, es geht bei dir so ab Hey, Rachel Hey, wie geht's? Das Spiel sagt mir was anderes Das fucking Douchbag Well, what the fuck Ich werde nicht nur in der Mitte dieser Party mit all diesen Leuten around Und die Selbstinserkennung in der ganzen Körper am besten Ich habe zu viele wichtige Textmessage und ich sehe, die beste Rezeption hier Ich habe das Schade aus Wenn du eine titty-Picture von mir Okay Habe ich nicht so'n So'n Dingsbums hier Warte mal Ja, den Scheiß hier Anmachen Ja Ja Ja, dann Du musst woanders hingehen Dann geh woanders hin Danke schön Weg dich weiter Nein, da sind auch Leute Da, da sind Da ist jemand Da warst du schon Alter Alter, fuck mich nicht ab Ne Jetzt ohne Witz Bestellen wir ein bisschen Da Dumpen oder so Ja, komm Komm Ins Ja, oder und da Ne, ist auch Machen Hey Okay, 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 okay Nein, bleib hier Nein, bleib doch hier Gott Goddammit Guck mal hier Ich hasse sie, Alter Ich hasse sie Nein Hier waren wir doch schon Naja, das ist auch okay Nein Was ist der jetzt Hier, Mann Äh, bleib hier, bleib hier So Ja Nein, 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 nein Okay, wie soll ich posten? Hm Nie, 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 nieling Was ist hier? Nieling Mann, fuck mich doch nicht ab Ja Okay Das sieht ja Das ist aber unlucky hier Komm, zieh dich richtig aus Frank, bleib hier Wow Die Zensur ist halt Die ist halt schon, äh Die ist schon richtig smooth Okay Okay No, 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 no Willst du vielleicht nicht nackt rausgehen? Okay So Nein Oh shit Was ist das? Was ist das? Wann ich jetzt hin? Wann ich jetzt hin? Wann ich? Wann ich hier? Wann ich? Wann ich? Die Stunde ist eigentlich rum Aber ich werde das schaffen Ich werde dieses Foto machen Ja Es wird passieren Ich bin gespannt Wo sie als nächstes hingeht Bewegt dich So Jetzt muss es schnell gehen So jetzt kann er sich nämlich nicht mehr beschweren dass hier kein fucking signal ist also okay zack easy was soll ich machen soll ich mich ausziehen voreinander okay hey britney ja natürlich jetzt schon mal gefallen ja hier gefällts okay ich glaube das ist ein guter moment um das hier zu beenden warum kann ich nicht einmal normales spiel bekommen ja nee war sehr interessant cooles rätselspiel kann ich nur weiterempfehlen ja also auch für jüngere kinder so als lernspiel oder so empfiehlt sich auf jeden fall ja ja keine ahnung danke für dieses tolle spiel basti tschüss